Die ersten 20 Minuten hat Nürnberg gut mitgehalten. Natürlich, über Standards sind die immer gefährlich, aber man muss sich drumherum hin, wir haben verdient gewonnen. Eben lief Mats Hummels vorbei, mit dem Augenzwinkern hat er Chancentod zugerufen. Sie sind da elfmeterreif gefoult worden, auch kurz vor dem zweiten Tor. Der Ball war im Endeffekt drin und das zählt. Was bedeutet das jetzt im Meisterkampf? Sie können sich jetzt ganz in Ruhe zurücklehnen. Wie werden Sie das Wochenende verbringen? Ich brauche nicht jedes Mal die Antwort dafür geben. Wir haben gesagt, wir wollen ins internationale Geschäft, das ist unser Ziel. Und Favorit ist der Bayern, das reden doch alle immer so. Und Bayern hat gesagt, die haben mehr Qualität als das Sondersteil. Sie haben zwei nur gewonnen, Sie sind noch ganz aufgekratzt. Sind Sie so noch emotional dabei vom Spiel? Nein, aber das sind immer dieselben Fragen, so für Meister und meisterlich. Wir haben das Spiel gewonnen, wir brauchen nicht immer perfekten Fußballspielen. Das muss man auch mal akzeptieren. Vielen Dank. Ja, bitte.